Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibersmeerwasser zu einer neuen Folge in der Serie Kurz Erklärt. Heute geht es sich um den Notstrom und was alles passieren könnte und schuld ist einer von euch. Bis gleich. Ja Leute, das Thema Notstrom. Es ist grundsätzlich ein Problem, wenn bei unseren Aquarien aus irgendeinem Grund der Strom ausfällt. Das Wichtigste, was wir in unserem Aquarium haben oder was tatsächlich wofür gesorgt werden muss, dass es drin bleibt, ist der Sauerstoff und die Bewegung. So, jetzt ist es so, dass, ich sag jetzt mal, ihr selber wisst oder aus Erfahrung wissen solltet, wenn mal ein Stromausfall bei euch in der Gegend war oder gewesen ist, in welchem Größenzeitraum der so ungefähr spielt. Ich habe zum Beispiel hier bei mir im Bereich Stromausfälle, ich sag jetzt mal, im maximalen Stundenbereich gehabt. Also maximal eine Stunde ist dann mal in zehn Jahren einmal der Strom ausgefallen. Und daraufhin kann ich dann dementsprechend auch mein entsprechendes Gerät auslegen. Blende ich euch mal kurz ein. Das Ding nennt sich Power Walker. Habe ich bei Amazon gefunden. Und hält ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden. Und ja, ist für mich in dem Moment jetzt erstmal die günstigste Variante gewesen und die einfachste, ohne jetzt viel zu fummeln. Es gibt zig andere Varianten, die vielleicht auch hier und da länger halten. Da kann ich jetzt nicht großartig was zu sagen. Es gibt von Tunse, gibt es Adapter. Es gibt für Ecotech-Pumpen die entsprechenden Adapter, um auf 12 Volt zu gehen, wo man dann meinetwegen eine Autobatterie oder ähnliches dranhängen kann. Die dann anschließend selbstständig übernehmen etc. Die dann mehrere Stunden schaffen. Also mein Gerät, was ich da jetzt habe, diese USV, also unterbrechungsfreie Stromversorgung, springt ein und hält meine Pumpen oder zwei Pumpen momentan, habe ich noch dran, ungefähr zweieinhalb Stunden am Laufen. So, warum nur die Pumpen? Aus dem ganz einfachen Grund, weil die Bewegung, die wir im Wasser haben, das A und O ist. Also es ist, ich habe momentan noch beide dranhängen, ich werde das allerdings beim neuen Projekt umändern, dass nur eine einzige Pumpe dranhängt. Aus dem ganz einfachen Grund, dadurch, dass ich mit den Ocean Motion arbeite, also sprich, dann wird die Ocean Motion drangehangen, da wird eine Pumpe drangehangen und es wird alles komplett beströmt. Die Bewegung ist wichtig, einerseits für unsere Korallen, was tatsächlich in dem Moment passiert ist, unser Abschäumer fällt aus, das heißt, es wird kein Sauerstoff mehr ins Becken reingebracht. Die Rückförderung, die Filterung fällt aus, ist erstmal jetzt nicht weiter schlimm. Temperatur, Heizstab ist das, was am meisten und tatsächlich am meisten Strom frisst, fällt auch aus, kann man über eine Stunde auf zwei, auf drei vielleicht auch verschmerzen, wenn man jetzt nicht unbedingt in Sibirien wohnt, wo dann es ruckzuck kalt wird. Aber ich sage mal, in unseren Breitengraden reicht es vollkommen aus, wenn dann nach zwei bis drei Stunden die Heizung wieder anspringt, wenn dann der Strom wieder da ist. Dosierung bzw. Ähnliches und Licht brauchen wir auch nicht wirklich für diesen Zeitraum. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist die Wasserbewegung. Ja, die Wasserbewegung, warum ist diese so wichtig? Wenn wir, sagen wir jetzt erstmal, warum wir Wasserbewegung brauchen, wenn das Wasser still steht, wir haben unsere Korallen drin, wir haben unsere Fische drin, bei den Fischen ist es ganz extrem, die brauchen natürlich Sauerstoff, es muss in irgendeiner Form muss Sauerstoff eingetragen werden, die Biologie arbeitet, unsere Korallen atmen auch, natürlich, klar, logisch, die verbrauchen auch Sauerstoff. Und bei den Fischen merkt man das zuerst bzw. da treten dann, wenn Strom ausfällt, über längere Zeit die ersten Opfer auf, weil halt der Sauerstoff nicht da ist, nicht eingetragen wird. Und das sieht so ungefähr aus, wenn der Strom ausfällt, je nach Beckengröße, kommt jetzt auch noch darauf an, das ist jetzt keine Pauschalisierung. Also ich sage mal, bei meinem Becken so ungefähr anderthalb auf zwei Stunden, danach wäre Feierabend. Wenn keine Pumpe am Laufen wäre, dann würde der Sauerstoff weg sein, dann fangen die Fische an zu sterben und das ist genau das, was wir durch eine USV oder eine Batterieversorgung der Pumpen verhindern wollen. Jetzt sollte man grundsätzlich die Pumpen wählen, die natürlich auch irgendwo an der Oberfläche arbeiten und auch Oberflächenbewegung reinbringen. Warum? Die Oberflächenbewegung ist dafür da, um noch einen gewissen Gasaustausch stattfinden zu lassen. Einerseits tritt das CO2 aus und Sauerstoff wird so ein kleines bisschen aufgenommen und somit halten wir auch, ich sage mal, die Sauerstoffversorgung so ein kleines bisschen aufrecht. Es ist nicht diese Menge, die natürlich unser Abschäumer reinbringt, weil unser Abschäumer zieht jede Menge Sauerstoff mit ins Becken rein, unter anderem. Und da ist dann halt jetzt die Notwendigkeit herauszufinden, welche Pumpe nehme ich, wie lange kann diese Pumpe mit meiner entsprechenden USV arbeiten. So, jetzt habe ich auch bei mir ausprobiert, meine Pumpen, die ich jetzt dran habe, hier die Smart Drift, die laufen so Pi mal Daumen zweieinhalb bis drei Stunden. Wenn ich jetzt nur noch eine nehme, dafür dann aber noch die Ocean Motion mit reinbringe, müsste ich einen neuen Testlauf machen und ausrechnen, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber wie gesagt, ich habe hier bei mir in den Breitengraden es nicht nötig, auf eine lange Laufzeit zu gehen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, muss jeder selber schauen, was brauche ich, beziehungsweise wie lange muss die Laufzeit sein und was können die verschiedenen Systeme leisten. Da kann ich euch leider Gottes nichts wirklich zu sagen zu anderen Systemen, weil ich halt noch nichts anderes ausprobiert habe. Ich bin da jetzt nicht derjenige, der bastelt, aber es gibt garantiert auch Leute, die davon Ahnung haben. Der Robert Bauer hat da auch mal ein Video drüber gebracht. Das verlinke ich jetzt mal kurz hier, wenn ich es finde. Da hat er auch schöne Sachen, Thema USV, auch erklärt, die dann auch über Batteriestrom etc. laufen. Das ist dann eine andere Variante, wie ich sie jetzt meinetwegen einsetze. Also Fakt ist, wir müssen Bewegung im Becken haben. Sobald das Wasser steht, ist das schlecht für die Tiere, weil die nehmen den Sauerstoff auf, der Sauerstoff wird verbraucht und irgendwann ist Schicht im Schach, dann ist nichts mehr da für die Tiere und sie gehen uns ein. Und das ist das Worst Case, was wir natürlich im Endeffekt verhindern wollen durch eine USV oder durch eine entsprechende Batterieweiterversorgung der Pumpen. Das ist Sinn und Zweck. So, wie gesagt, was ihr jetzt im Endeffekt verbaut, bleibt euch überlassen. Die einfachste und günstigste Variante und in meinen Augen sicherste Variante ist natürlich eine fertige USV. So, wie ich sie jetzt verbaut habe, die muss natürlich Platz haben im Schrank, die muss in Anführungszeichen Luft haben, weil das Ding läuft ja 24-7 mit und gibt dann dementsprechend Wärme und Hitze ab, aber sie macht ihren Job. Einen Stresstest solltet ihr grundsätzlich von dem Ding auch machen, also sprich rausfinden, was es tatsächlich kann. Das aber erst nach einer gewissen Zeit, weil die Batterien müssen erstmal tatsächlich vollständig aufladen von solchen Geräten. Und ihr wisst selber, Batteriekapazitäten kommen mit der Zeit. Also es wird nach und nach aufgebaut und rein rechnerisch müsste eigentlich die Anlage, die ich da unten habe, ein bisschen mehr bringen. Aber ist jetzt erstmal dahingestellt. Also im Vergleich, diese Anlage, die ich da jetzt habe von Power Walker zu, ich sag jetzt mal, High-End-Geräten von namenhaften Herstellern, die es natürlich auch bei dem großen A gibt, ist diese recht preiswert. Ich glaube, die lag so bei 120 Euro für eine 2500 Volt Ampere Anlage. Vergleichbare Anlagen, wie gesagt, von APC oder etc. sind sehr viel teurer. Also ich selber bevorzuge diese Anlage, weil sie halt auch günstig war. Und hinstellen, anschließen, wohlfühlen. Das ist eigentlich das Prinzip, was ich sehr gut finde. Wie gesagt, zweieinhalb, drei Stunden plus die entsprechende Zeit, die meinetwegen das Becken noch ohne Wasserbewegung kann, kommen wir ungefähr auf vier bis sechs Stunden, die dann tatsächlich überbrückt werden könnten mit dieser Anlage, die ich habe. Und das ist hier, zumindest bei mir, hier im Bereich ausreichend. Wenn ihr jetzt in einem Bereich wohnt, wo ihr dann schon mal Stromausfälle in längerer, über einen halben Tag oder etc. hattet, das kann natürlich auch passieren, müsst ihr natürlich, wie schon gesagt, für andere Sachen sorgen. Ja, alles in allem, lange Rede, kurzer Sinn mal wieder. Wir brauchen Wasserbewegung, damit unsere Tiere nicht eingehen, auf gut Deutsch. Also es muss Sauerstoff ins Becken rein, in irgendeiner Form auch immer. Was man auch machen könnte zum Beispiel, eine Mini-Sauerstoffpumpe dann mit einschalten. Das ist dann aber wieder ein Schaltvorgang, wo ich keinen Plan von habe, ganz ehrlich. Das wäre natürlich auch eine Variante. Aber durch Wasserbewegung, Oberflächenbewegung reicht es erstmal aus, das Becken überhaupt am Laufen zu halten. Also es gibt zig viele Varianten, da eine USV zum Einsatz zu bringen. Programmierbare Stellen etc. pp. Das ist dann alles eine Sage hier, Kostenfrage. Gut, ich würde mal sagen, ich habe mal wieder genug geredet. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema ein kleines bisschen näher bringen. Warum, weshalb, wieso. Und wo man es momentan günstig herbekommen könnte. Oder was ich halt benutzt habe. Andere Varianten könnt ihr mir gerne mal runter in die Kommentare schreiben. Ich versuche noch das Video von Robert zu verlinken. Der hat auch eine gute Variante da drin. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier schaut. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Weiber. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.